Das ist die Demonstration des Berliner Bündnisses. Die Krise heißt Kapitalismus. Mit unserer heutigen Demonstration hier in Berlin und einer gleichzeitigen Demonstration in Stuttgart stehen wir vor der Aufgabe, ein unübersehbares Zeichen des Protestes und des Widerstandes gegen die Versuche der Herrschenden zu setzen, die Kosten der Bankenrettung und der Krise auf die große Bevölkerungsmehrheit abzuwälzen. Nehmt mal bitte vom Nebenmann die Hand. Fasst euch mal bitte alle an. Macht das mal bitte. Merkt ihr was? Gemeinsam sind wir stark. Und das kann uns keiner nehmen. Nachdem die Wahlen in Nordrhein-Westfalen vorbei sind, kommen Melkin und Co. mit dem Sparhammer. Wie schon bei Agenda 2010 und Hartz IV wird Jagd auf die gemacht, die sowieso schon am wenigsten haben. Nach dem Sparhammer wird sie die Folterinstrumente und dann die Sparachs herausholen. Es darf nicht sein, dass sie beschäftigen und kaputt arbeiten und dass Millionen ohne Arbeit sind. Deshalb soll die Arbeit auf alle verteilt werden. Und zwar bei vollem Lohn. 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Das ist heute leider nicht. Das hat er leider vergessen. Deswegen muss man A streichen. Ich habe noch mal ein bisschen geholfen. Ich habe noch mal ein bisschen geholfen. Ich habe noch mal ein bisschen geholfen. Ja, das ist eine große Herausforderung. Wir zahlen nicht für eure Krise. Unter diesem Motto haben heute Tausende demonstriert, hier in Berlin und in Stuttgart. In einem sind sie sich alle einig. Sie wollen nicht für das bezahlen, was Banken und Konzerne verschleudern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Namen des Bündnisses, wir zahlen nicht für eure Krise, fordere ich die Polizei auf, den Platz zu verlassen und die willkürlichen Verhaftungen sein zu lassen. Ich fordere die Polizei auf, im Namen unseres friedlichen Bündnisses unsere Kundgebung friedlich zu Ende gehen zu lassen. Bis jetzt, dann lief diese Demonstration und Kundgebung friedlich. Lasst uns nicht auf Provokationen reinfallen. Sammeln wir uns um die Bühne und um die Übrigen bitte ich um einen Sanitäter zur Bühne. Bitte, bitte Polizei, weg von diesem Platz! Wie sind heute hier und haben wir demonstriert? Und ich zeichne zuletzt dafür, dass wir nicht die Krise der Bank und Konzerne zahlen! Bis jetzt, dann lief die Krise der Bank und Konzerne zahlen! Bis jetzt, dann lief die Krise der Bank und Konzerne zahlen! 89-09-19673-19 1965xi-201971 oder bis jetzt, dann lief die Krise der Bank und Konzerne zahlen! Get out, get out, get out Get out, get out, get out Get out, get out